Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah 2-0-1-2, die Welt im Wandel, wir mittendrin Weltenkind und Weltenkind, Start, Global, der Neubeginn Lichtkrieger, die Bringer des neuen Zeitalters Die Dunkelheit wird transformiert, denn es wird Zeitalter Oh yeah, oh yeah, oh yeah Check, ah ja Und damit herzlich willkommen zum Podcast Das Neue Ehe Und es wird Zeitalter von und mit mir Ehe, man kennt mich Ja, liebe Freunde, als erstes möchte ich mich bedanken Und nochmal darauf hinweisen Nein, ich möchte mich zuerst einfach bedanken Und zwar vielen Dank für das schöne Feedback, was es mir gegeben hat Weil ich war ja schon wirklich ein bisschen Ich habe mich gefragt, ob das noch einen Mehrwert bietet Ja, was ich hier so fabriziere Wöchentlich oder zweiwöchentlich Oder immer dann, wenn es irgendwie passt Und ihr habt mir wundervolles Feedback gegeben Nicht nur in den Kommentaren Ihr habt mir auch persönliche Nachrichten geschrieben Und das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut Und mich doch tatsächlich wirklich motiviert Weiter zu machen Und jetzt wieder eine Folge rauszubringen Man sollte ja glatt meinen, dass positive Bestärkung Einen positiven Effekt auf Menschen hat Und sie motivieren könnte Wenn das nur mehr Menschen wüssten Dann müsste man sich nicht so hayden Auf diesem Planeten Und ich möchte mich bedanken Gerade an dieser Stelle für euren Support Und auch die Menschen, die nicht Supporter sind Euch darum bitten, Supporter zu werden Auf der Seite SteadyHQ Der erste Link unten in der Beschreibung Habt ihr die Möglichkeit Diesen Podcast Beziehungsweise mich Einfach in meinem allgemeinen Tun Regelmäßig mit kleinen Beträgen zu unterstützen Das heißt Für einen Betrag von 3 Euro im Monat Das ist auf den Tag gerechnet 10 Cent Habt ihr die Möglichkeit Mich tatsächlich zu unterstützen Und mir sehr zu helfen Also Es ist ein Betrag, der einem überhaupt nicht wehtut Den man überhaupt nicht merkt im Monat Also 3 Euro Das ist mal ein Döner weniger Oder ein halber Döner weniger mittlerweile Oder Irgendwas da in die Richtung Oder mal einen Saft weniger gekauft Oder Warum sage ich nur Sachen, die übertrieben nice sind Wer würde schon auf einen Döner und einen Saft verzichten? Aber ja Ich glaube ihr wisst was ich meine Damit habt ihr die Möglichkeit Mich zu unterstützen Und mir tatsächlich sehr sehr zu helfen Auch in dieser Phase Weil gerade im Winter Es ist echt übel Also Mein ganzes Geld ist einfach im Umzug verpufft Und ich muss hier bald noch die Perfektionsfahrt machen Vom Führerschein Weil das ist in Österreich Da gibt es eine Regelung Dass man Nachdem man den Führerschein bestanden hat Und schon mehrere Monate damit unfallfrei gefahren ist Und so Muss man trotzdem nochmal beweisen Dass man fahren kann Und das in einer zweimaligen Überprüfung Also Während dieser Prüfung Ist man nicht in der Lage Den Führerschein zu verlieren oder so Aber Es ist halt ein Es ist ein Graus Dass das sowas mit Menschen gemacht wird Also wenn man schon Mehrere tausend Euro Die man Kläglichst irgendwie zusammenkratzen musste Nochmal 500 Euro zahlen muss Um zu beweisen Dass man fahren kann Ist das schon wirklich echt ein Unding Ja muss ich schon sagen Naja auf jeden Fall Sowas steht an Das ist die Steuerberaterin Will auch nochmal Geld haben Jetzt irgendwann Und ja Das ist Ja Mein ganzes Geld ist weg Man kann es nicht anders sagen Muss man mal so transparent raushauen Aber ja Es ist auf jeden Fall Bald wieder Sommer Und das heißt Es kommen dann Auftritte Und dann sieht es auch wieder Ein bisschen besser aus Aber die nächsten Monate Sind noch echt dünn Also Wenn ihr euch schon mal überlegt habt Sowas zu machen Und auch dieses Wundervolle Gefühl zu haben Zu helfen Ja Für eine absolut geringe Summe Könnt ihr euer Gewissen reinwaschen Ach ja Zahlt denn die Kollekte ein Ihr wisst wie es läuft Ja Dann ist das auf jeden Fall Jetzt gerade der optimale Zeitpunkt Um zu unterstützen Und ja Genau Der erste Link in der Beschreibung Und natürlich bekommt ihr dafür Auch extra Content Und auch Lieder Die so nicht veröffentlicht sind Oder nur exklusiv Erstmal dort erscheinen Für mehrere Monate Oder die auf der Diskografie drauf sind Und nicht veröffentlicht wurden Über YouTube Oder Spotify Oder sowas Diese Lieder Die bekommt ihr auch Dort Und Ja Die Bonus EP Ist auch dort hochgeladen Also ihr kriegt massig Zeug Auf jeden Fall An Sachen Die Echt nice sind So gesehen Kriegt ihr eigentlich Ein ganzes Album dafür Von Liedern Die ihr wahrscheinlich Nicht kennt Falls ihr jetzt nicht Das Bundle bestellt habt Damals oder so Ich verliere mich Also werdet Supporter Jo Ciao Fünf Minuten Ja Aber es war mir mal wieder Ein Anliegen Weil ich versuche das zu vermeiden Weil ich will das nicht Jede Folge sagen So und So Falls es sich dann mal wieder Danach anfühlt Dass man die Leute mal wieder Darauf aufmerksam machen könnte Mach ich es Jetzt habe ich es gemacht So Es ist witzig auch heute Es hat vorhin geschneit Und gestürmt irgendwie Und Hat ja immer so eine besondere Romantik Finde ich Wenn es im Frühjahr Stürmt Und regnet Und schneit Also Es ist so ein komischer Schneeregen gewesen Und es gab so Verwehungen Es sah richtig seltsam aus Und das Schöne war gewesen Wir haben hier Ich weiß nicht Was es für Bäume sind Es sind Keine Kirschblüten Aber es ist Irgendwas Weißes Was Schnuffrosa Drinnen hat Und nur so ein bisschen Oder bilde ich mir das jetzt ein Ich glaube Es ist echt so Naja Auf jeden Fall so weiße Blüten Und die sind dann mit rumgeschwirrt In der Luft Und Ich habe sofort so gedacht Ja okay Alles klar Ich weiß schon mal Dass ich heute einen Podcast aufnehme Wo es mich ja gerade Mehr nach draußen treibt Und mehr in das Handwerkliche Beziehungsweise Was wirklich Tun Tuende Im Materiellen Dreidimensionalen Sinne Ja Aber heute ist ein Computertag Und so hocke ich jetzt schon Den lieben langen Tag Am PC Und schraube weiter An der Webseite Die jetzt bald rauskommen wird Beziehungsweise erscheinen wird Sehe schon relativ weit Aber wie es eben so ist Mit Dingen Wo man nicht genau weiß Was man tut Macht man Fehler Und deswegen sind die Bilder Zum Beispiel Die ich ausgesucht habe Einfach viel zu groß So weil es ja darauf hinausläuft Dass wenn man dann eine Ja Webseite besucht Dann kommt es eben drauf an Wie groß die Bilder sind Weil wenn man jetzt unterwegs ist Mit mobile Daten oder so Und dann hat man da so ein Bild Was mega krass hochauflösend Irgendwie so das Cover ist Von dieser Seite Und das hat dann schon mal 15 MB oder so Und kam da Bist du deine mobilen Daten Aber schnell los Und das soll halt nicht sein Logischerweise Und deswegen müssen Die ganzen Bilder Jetzt nochmal neu formatiert werden Was natürlich Echt super nice ist Und das bringt mich Aber auch zu dem Thema Ist eine sehr natürliche Überleitung Und zwar Ich habe was sehr Interessantes Über Perfektionismus gehört Und habe mir dann darüber Nochmal ein paar weitere Gedanken gemacht Also es gibt Eigentlich eine große Ja Kernaussage Die ich da habe Die ich euch gerne mitteilen möchte Und was ich auch ein sehr Spannendes Gedankenexperiment finde Muss man schon so sagen Aber es soll also heute Um den Perfektionismus gehen Und mal schauen Wo meine Gedanken Mich dann hintreiben Ich werde das jetzt erstmal Weiter verfolgen Mit diesem drauf loslabern Und und Ja Nackt Nackt stehe ich vor euch Mit meinen Gedanken Nackt ist mein Hirn Ich glaube ich spiele erstmal Musik ab Dann haben wir einen guten Start Ja wo fange ich denn da am besten an Ich hätte mir jetzt gerade Gedanken machen können Aber ne Ich nicht Wo fange ich am besten an Ich muss sagen Oder das was ich beobachtet habe In den letzten Jahren Ist das Dieser Trend Dieser Selbstoptimierung Hin zum Perfektionismus Dass es da was in mir gibt Was so richtig Dagegen Oder was allergisch darauf reagiert Also mein Gefühl sagt einfach Dass es nicht gut ist So Ja Und ich habe jetzt noch Was sehr interessantes gehört Und das ist eigentlich der Grund Warum ich jetzt auf das Thema Überhaupt so bewusst Nochmal gekommen bin Und zwar Dass Dadurch Dass der Glaube Ja Also die Religion So auf dem Rückmarsch ist Also es gibt wirklich sehr viele Verkettungen Oder Ja so Korrelationen einfach Was mit dem Glauben Zusammenhängt Und Auf jeden Fall Was Was dem Menschen Jetzt heute fehlt In der Gesellschaft Ja Es ist wirklich sehr interessant Also Ich bin ja wirklich kein Fan von Religion Aber Und der Gott Der war perfekt Der war unfehlbar Ja Ja Und Durch den Gegenschluss sozusagen War es Klar Dass der Mensch Fehlbar ist Und Und Ein Sünder Ja Aber Raus aus diesem Religiösen Kontext Also es war einfach so Es ist einfach nicht mehr Erlaubt es Fehler zu machen Und dabei ist es das Normalste der Welt Und es ist so absolut notwendig Für unser menschliches Dasein Für unser Lernen Ja Fehler zu machen Und dann eben daraus zu lernen Und Sehr wenige Menschen Oder Viele Menschen Mittlerweile Erlauben es sich Auch nicht mehr Fehler zu machen Was Was ich überhaupt nicht gut finde Und es wird immer mehr Nach diesem Perfektionismus gestrebt Aber So warum nicht auch seine Fehler und seine Marotten Lieben irgendwo Ja Also Jeder hat seine Schwächen Oder Seine Seine Nicht-Perfektheiten Und sowas macht ja auch Charakter Unterm Strich Eigentlich aus Ja Also Also der Charakter Der definiert sich ja durch Stärken und Schwächen Und Das gehört eben genauso dazu Und Ich finde es wirklich Extrem Wie dieser Perfektionismus Also da gibt es da wirklich Sehr viele Coaches Die wirklich Über diese Selbst Optimierung Einfach jede Woche halt Irgendein Neues Video machen Und Und Es fühlt sich schon so an Als ob diese Menschen Sich da was aus den Fingern Saugen müssen Einfach So damit es noch Mal die nächste Stufe Der Selbstoptimierung gibt Das ist ein total Krankhaftes Verhalten Ja Weil Wir sind ja nicht perfekt Und das ist ja auch irgendwie Erlaubt einfach mal Fehler zu machen Oder nicht perfekt zu sein Und das ist ja gerade Der Genuss Darin liegt Sich mal nicht zu Disziplinieren Und so Ja Also ich Ich merke das Auf jeden Fall selbst So wenn ich jetzt irgendwie Fünf Tage Übertrieben trainiert habe Und Und mich Mega gut ernährt habe Da wirst du aber sehen Wie ich mir eine Pizza Reinschiebe Ja Das kann dann einfach mal passieren Also ich hatte dann Wirklich so einen Tiefpunkt Irgendwie Also es war jetzt kein Kein Mega krass depressiver Schub Aber ich hatte einfach Einen mega schlechten Tag Und dann war ich einfach schwach So Und das ist ja auch in Ordnung Aber dass diese Perfektionierung Also zum Beispiel Wenn Es dann darum geht Ähm Dass Sagen wir mal Du hast was geschafft Sagen wir mal Du bist jetzt ein stark Übergewichtiger Mensch Und du beginnst mit Laufen Zum Beispiel Also mit Joggen Um Ja Gewicht zu verlieren Und dann Hörst du dabei Musik Ja So damit es dich ein bisschen Pusht Ja Damit du Ein warm Start bist Also ich laufe auch immer Ohne Musik Äh Mit Musik Weil Weil es mir dann Einfach mehr Spaß macht Und es ist einfach Ein geiles Hilfsmittel Es ist ja eine Schwingungserhöhung Die du dann bekommst Und Ja klar Warum nicht Warum nicht High flying beim Laufen so Und Ja dann gibt es Menschen Das ist Die sagen dann Ja nee Das ist dann nicht gut Wenn du das so machst Ja Ähm Weil du kommst dann nicht An deinen Schweinehund dran Ja So du hörst dann nicht Deine Gedanken Die sagen Ja nee Du kannst nicht mehr Und bla Und überhaupt So natürlich ist es ein Hilfsmittel dafür So aber warum Warum kann man das nicht einfach mal so stehen lassen Und sich darüber freuen Dass es so ist So warum muss man gleich an das nächste denken Ja Das ist Das ist genauso auch Auf jeden Fall Wenn man halt irgendwelche Erfolge hat Oder so Das ist ja auch dieses Ähm Ja Phänomen Wenn man jetzt irgendwie so Geld verdient Dann muss es gleich nochmal irgendwie mehr sein Oder so Also man ist niemals irgendwie zufrieden mit sich Ja Das hört einfach nicht auf Ja Das ist dann Gehst du laufen endlich Und dann sagt dir jemand Ja aber es ist nicht ganz optimal Ja Und dieses Dieses nicht optimiert sein sozusagen Das ist eine richtige Kultivierung Ähm Die hier Ja bei uns in der Gesellschaft stattgefunden hat Und ich finde das mega krass einfach Ja Also Das ist Du wirst praktisch darauf getrimmt So dir wird die ganze Zeit gesagt Dass du nicht gut genug bist Ja Oder dass du bist nicht Nicht optimal genug Und das finde ich eine sehr 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 bedenkliche Entwicklung Ja Früher war das anders Früher war es anders Und ich finde auch dass es anders ist In In Ähm Ärmeren Gegenden Würde ich jetzt mal sagen Oder Ich sag mal so Es ist bei den Blockjungs Ja So zum Beispiel Wenn du da einen hast Der ein bisschen langsamer redet Oder sowas Dann ist es der langsame Harry Ja So Fertig Aber man liebt ihn für das was er ist Ja Und Das Das ist einfach nicht mehr so bei uns in der Gesellschaft Also da kann mal jeder erzählen Ähm Ja was er will Und Und So viele Menschen Die kommen dann von der Seite an Und die wissen es dann nochmal besser Ja Das ist so Du kannst immer was optimieren Ja Und Es ist dieser Gedankengang Der zerstört aber so viel Von der Freude So von dem was ist Ja Und das Das beobachte ich wirklich sehr sehr stark Auch Menschen Die einfach nicht zufrieden sein können Weil die Die brauchen diese Karotte einfach vor der Nase Natürlich ist es extrem wichtig Einen Sinn in seinem Leben zu haben Ja So aber der Sinn ist nicht So der kann nicht sein Die ganze Zeit sich weiter zu optimieren Weil So wo soll das denn hinführen So mäßig Wenn du dann perfekt bist Dann bist du Gott So diese Logik einfach Ja Und Es ist halt Es ist dieser Perfektionismus Oder dieses Perfekte Was früher Ähm Zwar dem Ja Ja Göttlichen Wesen Wo wir nicht hinkommen können Äh Vorbehalten war Ist jetzt in uns Integriert Ja Und das ist irgendwie zum Anspruch geworden Irgendwie Ja perfekt zu sein Also Das ist ja völlig bescheuert Wenn ich mich das so Aussprechen höre Dann merke ich so richtig Mann ist das bescheuert Es hat so überhaupt nichts mit dem Ja Menschsein zu tun Ich meine Unser Dasein Unser Gehirn Unsere Psyche Die Wahrnehmung Beruht Auf Dualität Ja Das heißt Es muss einfach etwas nicht Perfektes geben Im Gegensatz zu etwas Unperfektem So was witzig wäre So wenn man das Perfekte nicht Äh Hätte In seiner Psyche Oder halt in seiner Wahrnehmung Dann gäbe es auch das Unperfekte nicht Und das wäre alles einfach so wie es ist Denk mal drüber nach Und ähm Jemanden Zu sagen Weil jeder Mensch Also du hast einfach mit diesem Gedanken Ähm Der Konstrukt Die Möglichkeit Jeden Menschen Zu kritisieren Für irgendeine Sache Oder irgendwo eine Schwachstelle zu sehen Ja Und die Frage ist Warum suchen Menschen so etwas Warum wollen sie Unbedingt den Fehler sehen Ja Oder den Das nicht Perfekte sehen Warum machen Menschen das Ich hätte nicht gedacht Dass das in diese Richtung geht Aber es muss natürlich Eine Geschichte des Egos sein Das Ego vergleicht sich Ja Und es ist natürlich Ist es sinnvoll Sein Ego zu pflegen Und damit zu arbeiten Ich meine Wir haben ja schon mal Über das Ego gesprochen Ja Das müsst ihr So vielleicht nochmal nachhören Ich glaube Es ist auch einer der besten Folgen Finde ich Oder Eine der Elementar wichtigsten Dinge Ja Aber so vielleicht noch mal Ganz kurz zusammengefasst Also Das Ego Das ist Ein Teil Vom Menschen Ja Und man muss damit arbeiten Es Zu versuchen ist Zu bekämpfen Wäre dir gegenüber toxisch So weil es ein Ja Teil von unserem Ja Bewusstsein ist Und wir dürfen damit arbeiten Das Ego Möchte gesehen werden Zu 100% Und Ja Wenn wir versuchen es wegzudrücken Würde es sich aber dreimal so stark melden Ja Und Hier Hier gilt es jetzt genau darum Das Ego zu entlarven Ja Also wenn ich gefühlt die ganze Zeit In Konkurrenz gehe Mit jemandem Und nach Fehlern suche Und ich mir Ja versuche zu erklären Warum ich vielleicht doch der bessere Mensch bin Und das ist dann passiert nämlich genau sowas Ja Und da ist nämlich das Einfallstor für diesen Ja Perfektionismus Weil es nicht okay ist Wenn man nicht perfekt wäre Und so fällt das Ding durch die Hintertür rein Ja Und schon ist man drin Im Im Sumpf des Perfektionismus Ja So besonders auch weil Es hat sogar noch einen Aspekt von Sagen wir mal Ich mach jetzt einen Song Ja Und der muss dann irgendwie perfekt sein Woher kommt das Ähm Es ist bei sehr vielen Menschen mit Sicherheit Ist es ein Prinzip von Ängsten Mit Sicherheit Ja Also sowas passiert zum Beispiel Wenn es jetzt dann nicht so gut ist Ja Werde ich dann noch Ja Ja genug gesehen Ja Ja Oder vielleicht habe ich als Kind immer Ärger bekommen Ja Ich meine das ist ja schon zum Beispiel Wenn man was kocht Sagen wir mal Wir schneiden jetzt gerade eine Zucchini Ja Und es ist ja 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 Und es ist ja nicht möglich Die Die Stücke Ähm Immer gleich groß zu machen Ja Es ist ja praktisch nicht möglich Außer vielleicht mit einer Maschine Ja So eine Maschine Das ist die geht dann daran an den Perfektionismus, aber wir Menschen sind nicht perfekt. Und das heißt, so warum soll ich mich da selbst unter Druck setzen, sodass es einfach so halt, dass es alles perfekt sein muss? Vielleicht habe ich als Kind so, es ist nicht gleich groß oder was weiß ich was. Und dann schwingt im Hinterkopf einfach eine Angst mit. Oder vielleicht, weil man was dreckig macht oder sowas. Aber ich möchte davor keine Angst haben müssen, Dinge halt irgendwie auch kaputt zu machen oder sonstiges. Das möchte ich nicht, weil diese Fehler, die passieren. Also wenn ich eine Sache benutze, das ist, dann benutze ich sie. Und natürlich will ich nicht, dass sie kaputt geht, aber manchmal passieren eben diese Dinge. Und warum muss man den Menschen dann so bestrafen damit? Mit der Schelte, so von mir aus. Also mir fällt jetzt kein richtiges Wort dafür ein, aber ich verstehe das nicht. Zum Beispiel bei materiellen Dingen. Es sind Dinge und die gehen auch irgendwann kaputt, weil so wie wir Menschen auch, wir gehen auch irgendwann kaputt und gehen über den Jordan, über den Jordan, über den Michael Jordan, der Flüchte gehen wir auch irgendwann. Aber ich weiß nicht, ist irgendeine Sache, also eine materielle Sache, natürlich, wenn es jetzt nicht um die Existenz geht oder sowas, weil dann ist wieder was anderes. Aber ist irgendeine Sache so viel wert, dass man einen Menschen dafür so bestrafen muss, auf eine Art und Weise? Also ich weiß ich nicht, sehe ich irgendwie nicht. Ich habe auch gerade mal überlegt, ob ich da selber naja, solche Dinge wie ich meine, da geht es immer halt um diese Mutwilligkeit der Absicht. Also natürlich sollte man mit Dingen achtsam umgehen irgendwie. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier ein super teures Mikrofon habe, dann werde ich den Teufel tun und es draußen in den Schnee legen. Das ist ja eh klar. Aber ich kann ja mal davon ausgehen, dass das Menschen niemals in einer Böswilligkeit irgendwelche Sachen zerstören oder so. Und da muss man wirklich aufpassen, weil es kann Menschen, so besonders Kinder halt richtig traumatisieren einfach, wenn es dann um diese materiellen Dinge geht, die einfach Nutzgegenstände sind, die wir benutzen für unser menschliches Dasein, was so viel da drüber steht über materiellen Dingen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich komme echt gerade ein bisschen vom Thema ab. Merke ich gerade. Naja, auf jeden Fall zurück zum Perfektionismus. Also der Perfektionismus ist eine Sache, die auch mega subjektiv ist. Und er ist eine absolute Illusion, weil nichts ist perfekt so. Oder es ist alles perfekt, je nachdem, also wie man es sehen will. Aber das Ding ist eben, wenn ich jetzt an eine Sache rangehe und sage, das muss perfekt werden, dann setze ich mich extrem unter Druck, extrem Stress und ich bin extrem labil in meiner Sichtweise auf die Sachen. Ja, weil wenn ich jetzt eine Sache mache und so das Gefühl habe, er ist perfekt, ja, oder es ist jetzt irgendwie perfekt, so wie es ist, dann muss nur der Nächste kommen mit seiner komischen Dings, äh, Optimierungsbla. Sagen wir mal, ich habe jetzt einen Tisch gebaut, ja, und dann das, dann könnte der sagen, der hätte das da noch die Kante abschleifen können, zack, ist das Ding schon wieder nicht perfekt. Und das ist so, nur dieser Gedanke von, es ist perfekt, es ist optimiert und im schlimmsten Fall muss ich das dann noch verteidigen. Nein, es ist aber perfekt, weil diese Kante ist so, bla, aber es ist ja was absolut Subjektives, ja. Aber wir tragen diesen Perfektionismus nach außen. Es ist so wirklich, es ist so eine sehr, sehr seltsame Resonanz, weil wenn ich behaupte, es ist so perfekt, dann wird sich jemand finden lassen, mindestens eine Person innerhalb der nächsten Sekunde, wo es ausgesprochen ist, die sagt, dass es nicht perfekt ist. Weil es eben durch diese Mechanismen, die ich vorhin beschrieben habe, in unserer Gesellschaft überhaupt nicht möglich ist, das so zu deklarieren. So, und es ist, es muss auch gar nicht perfekt sein, das ist nämlich der, das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Das ist, diesen Perfektionismus im Kopf zu haben, es ist schon das Gift, da wirst du nicht glücklich mit, da wirst du nicht glücklich mit. Es ist jetzt ein Hot Take, ja, aber ich sag mal, so der Perfektionismus hat nichts im Menschen verloren. Das ist mal jetzt ein Hot Take, hau ich hier mal raus, ja, und da könnt ihr mal Kommentare dazu schreiben. Ist jetzt echt eine steile These, eine steile These, das ist so die deutsche Übersetzung von Hot Take. Eine steile These habe ich jetzt mal rausgehauen und da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Dann, weil das ist ein Thema, ich habe mich damit jetzt minimal mal so auseinandergesetzt, ihr habt meine Gedanken jetzt gehört, ich habe das auch gerade ein bisschen laufen lassen einfach und das ist jetzt einfach mal der Stand, worauf ich bin und ob ich mir darüber Gedanken machen will noch weiter, weiß ich nicht, aber ich würde mich sehr gerne mit euch darüber unterhalten oder beziehungsweise wissen, was ihr so davon haltet, von diesen Gedankengängen. Ja, also wie gesagt mit Perfektionismus, so natürlich treibt es einen an, zum Beispiel auch meine erste CD, die ich gemacht habe, die wollte ich einfach perfekt machen und wenn ich das Ding heute höre, da ist es sehr weit von perfekt auf jeden Fall, sehr, sehr weit von perfekt entfernt und naja, keine Ahnung, ich habe mich damit abgefunden, dass Dinge einfach nicht perfekt sind und dass ich gar nicht den Anspruch daran habe, dass es ja perfekt sein muss, weil auch meistens einfach Dinge nicht so klappen, wie sie klappen sollen und keine Ahnung, ich bin immer schlechter mit Gefahren mit diesen Ansprüchen, weil für mich der Weg zum Produkt sozusagen oder zum Ergebnis viel, viel wichtiger ist, als das Ergebnis an sich, ja, viel, viel wichtiger, ja, weil, weil das Leben findet statt auf den Wegen zu den Zielen und nicht am Ziel, ne, das ist das nämlich und so mich zu quälen auch für irgendetwas scheint mir definitiv nicht der richtige Weg zu sein, um an ein Ziel zu gelangen. Natürlich hat das dann nochmal eine ganz andere Wertigkeit, aber sehe ich nicht, sehe ich nicht, weil das ist ja die Lebenszeit und es geht ja darum, die Lebenszeit so schön wie möglich zu gestalten, ja, und sich irgendwie, ja, kaputt zu machen oder sich unter Druck zu setzen, während man diese Dinge tut, die man gerne erreichen möchte. Das ist offensichtlich nicht richtig hier, also, ich will nicht von falsch reden, aber es ist nie richtig. Meine Meinung. Hashtag steilte These. Ja, ich glaube, mit diesen Sätzen würde ich das Thema dann tatsächlich auch closen, schließend, ja, und ich glaube, wir hören uns immer nach der Mucke. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich gehen die Folgen irgendwie gefühlt viel schneller rum als früher. Also viel, viel schneller, aber naja. Lasst gerne ein Like da, wäre richtig nice, freue ich mich auf jeden Fall immer sehr. Schreibt gerne einen Kommentar, schreibt sehr gerne eure Meinung zu dem Thema, weil ich habe es natürlich jetzt auch nur angeschnitten und habe vielleicht ein paar interessante Gedanken, Anstöße gegeben. Weiß auch gar nicht jetzt so im Nachhinein, weil ich höre das dann nie nochmal danach an, ob das jetzt alles miteinander überhaupt verwandt ist oder ob ich zum Teil auch zu weit abgeschwiffen bin, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Thema sagt. Besonders zu den steilen Thesen, ja. Steil! Und ja, ich weiß auch, dass eine Optimierung noch lange nicht Perfektionismus ist, also dass eine optimierte Sache nicht perfekt sein muss, weil sie nur zu dem Standpunkt jetzt optimiert ist. Ach, mein Gehirn. Es ist so ätzend, Mann. Ich habe mich auch neulich mit dem Dingens darüber unterhalten, mit einer anderen Person. Und wir hatten auch so beide das Ding, dass wir nicht mehr so schreiben können wie früher, einfach so losgelöst, weil wir jetzt einfach viel zu differenzierte Gedanken haben, weil so viele Sichtweisen einfach eine Berechtigung haben. Und früher ist man einfach rausgegangen, so der Anfang 20-Eon, der Chosen One, Alter, hier, Alter, gib mir mal ein Blatt Papier, Alter, ich schreibe dir mal einen Song, Digga, ohne drüber nachzudenken. Ich habe einfach diese Hot-Tags so rausgehauen. Und heute ist das Gehirn so viel differenzierter. Und dann denkst du so, ah ja, aber diese Sichtweise gibt es auch noch. Und da muss ich den Satz noch mal ein bisschen umformulieren, weil bla und das, ach, das ist alles nicht mehr so leicht wie früher. Also so ein Scheiß-Drecker. Scheiß 32 Jahre altes Gehirn mit so viel Lebenserfahrung, ätzender. Das wird, das wird ja bestimmt noch schlimmer mit 40, ah. Gott, was für Hürden da sind im Hirn. Ah ja, okay, worauf wollte ich gerade noch mal hinaus? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, weg ist es dann. Ja, also ich glaube, dass hier auf jeden Fall ein paar sehr interessante Gedankenanstöße drin waren in der Folge und dass ihr Spaß damit hattet, meinem Wahnsinn zu lauschen. Ja, und ich glaube, in diesem Sinne würde ich mich demnächst mal verabschieden wollen. Ich sehe da oben rechts gerade die Tonspur. In 10 Sekunden ungefähr anfangen. Da muss ich noch kurz warten. Warte. Also, ihr hört die Outro-Melodie. Und das heißt, dass ich mich verabschieden möchte mit den zwei schönsten Worten, die ich kenne, um mich zu verabschieden. Ich habe den ZD, 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 um mich zu verabschieden. Ja, also auf der Webseite werden dann auch die Tourdaten sein und die aktuellen Shop-Artikel und sowas. Das Lichtkriegershirt gibt es erstmal nicht, weil es einfach totale Brokenness ist bei mir auf dem Konto. Blöderweise ist das ganze angesparte Geld jetzt wie gesagt weg, aber das werden dort die Tourtermine sein, auch die Links zu den Tickets dann und die ganzen aktuellen Shop-Sachen eben auch. Es werden auch immer mal News kommen dort, so bezüglich, falls ich mal jetzt irgendwie zum Beispiel bei einem Instagram-Live dabei bin oder sowas, wird da auf der Webseite dann angezeigt. Genau, aber auch wie gehabt natürlich werde ich weiter meinen Instagram-Kanal bestäuben. Keine Ahnung, wie heißt denn das? Betreiben nicht? Ach, keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall werde ich damit weiter regelmäßig, relativ regelmäßig Sachen, die wichtig sind, dort mitteilen. Facebook mache ich nicht mehr, sehe ich mich gar nicht, weil ein Social Media ist schon ein Social Media-Ding zu viel. Und da entscheide ich mich halt für Instagram, weil Zielgruppen orientiert eben am sinnvollsten. Und auch von der Bedienbarkeit her, TikTok wird in meinem Leben nicht mehr stattfinden. Und, ähm, naja, naja, ihr wisst Bescheid. Schickt Energie zum Support für diesen Computertag. Ach, morgen, morgen, äh, da kommt der Sprühkleber, damit ich den Noppenschaum weiterhin an, 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 ähm, die Studiowand machen kann. Und dann kommt auch bald der Vorhang hoffentlich. Und, ach, Studio ist auch bald fertig. Was ist Glück? Was ist Glück? In diesem Sinne, jo, ciao!